Hallo liebes Publikum, mein Name ist Verena Brachtel. Mit Freude darf ich für den Verein Tanksteller Beitz in Lichtenstein einen spannenden und informativen Vortragsabend ankündigen, mit gleich zwei überaus versierten Rednern. Am Freitag, den 23. August um 19 Uhr, werden in Triesenberg der Journalist Stefan Milius und die Politologin Ulrike Gero darüber sprechen, wohin Europa, seine Gesellschaft, Wissenschaft und Medien steuern. Diese beiden brillanten Köpfe werden als umstritten bezeichnet, was heutzutage ein Gütesiegel ist. Sie dürfen sich also auf einen hochinteressanten Abend freuen, an dem auch Publikumsfragen gestellt werden können. Wir sehen uns am 23. August in Lichtenstein. Bis dahin, einen schönen Sommer.